Die neue Welle. Zehn Fragen in 60 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Irgendwann los. Dein Lieblingsessen? Lasagne. Lasagne. Dein Lieblingsgetränk? Heisti. Mit wem wolltest du schon immer mal zusammenkicken? Irgendein Weltfußballer oder so? Ronaldinho. Okay. Dein Lieblingsauto? Mercedes-AMG. Dein Lieblingsschauspieler? Will Smith. Was ist mit der Lieblingsband oder Lieblingsmusiker? Chris Brown. Hast du einen Lieblingsfilm, den du immer wieder gucken kannst? Wolf of Wall Street. Hast du ein Haustier? Keins. Wenn du eins haben dürftest, was würdest du nehmen? Einen Hund. Einen Hund, okay. Wo machst du am liebsten Urlaub? Dort, wo es warm ist. Beispiel? Spanien. Wo trifft man dich? In Karlsruhe bist du noch gar nicht so lange da, aber hast du schon ein Lieblingsfleckchen? Stadion. Wildparkstadion. Sehr gute Antwort. Wackers KSC Show bei der Neuen Welle. Immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr. Und zum Nachhören als Podcast auf die neue Welle. Und zum Nachhören als Podcast auf die neue Welle. Und zum Nachhören. 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 Und zum Nachh Vielen Dank.